Musik Indem ich einfach mit meinen Hasen, die in den Arm nehmen und heute muss ich her, indem ich einfach immer ein Lächeln auf dem Gesicht habe und zu jedem eingeschnitten bin. Musik Wie ich gestern mit meiner Schwester gestrieden habe, ich gebe nämlich meistens nach und da habe ich halt auch wieder nachgegeben und meine Schwester hätte jetzt nicht nachgegeben, aber mein Papa hat dann halt gesagt, ich sollte nicht immer nachgehen, dass auch meine Schwester mal nachgibt. Also man sollte jetzt, es ist schon meistens schlauer, wenn man nachgibt, aber halt manchmal ist es auch wichtig, dass man jetzt nicht immer nachgibt. Musik